Wir betreiben einen Pflanzenbaubetrieb auf 150 Hektar mit Ackergras, Gerste und Weizen. Neulich habe ich ein Silo und eine Westfilschnecke gekauft. Ich habe schon 1996 eine Flachlagerung bauen lassen, wo meine gute Zusammenarbeit mit Denkorn angefangen hat. Damals war Denkorn-Mitarbeiter Andreas Ahrberg bei uns. Er hat aufgemessen und projektiert. Ein Vetter hat zwei Jahre vor uns ein Projekt mit Silos und Förderanlage bei Denkorn gekauft. Und seine Anlage funktioniert tadellos. Deswegen habe auch ich Denkorn für meine Überlegungen gefragt. Für mich war nicht nur der Preis wichtig, sondern auch, dass der Service, im Falle eines Falles, ganz schnell zu erreichen ist. Oft können wir das Problem telefonisch lösen, aber wenn der Monteur nun auch wirklich herkommen muss, dann ist er ganz schnell vor Ort. Nicht später als eine Stunde nach meinem Anruf. Das hat immer gut funktioniert. Wir würden wirklich nichts ändern, wenn wir die Möglichkeit hätten. Das Getreide wird homogener als auf der Flachlagerungsanlage getrocknet. Das Getreide wird durch die Umrührschnecken im Silo umgerührt. Das funktioniert auch völlig tadellos. Das Getreide ist trocken und gut, wenn es das Silo verlässt. Ich bin mit der Zusammenarbeit außerordentlich zufrieden, welches auch der Fall war in 1996, als ich meine erste Flachlagerungsanlage gekauft habe. Das funktioniert auch so. Und das funktioniert best nicht? Bis zum nächsten Mal.